So, ich durfte heute zu Gast bei der Spree-Publik sein hier in der Rummelsburger Bucht. Hier bei mir ist auch Johnny. Und Johnny, was ist denn die Spree-Publik eigentlich? Hallo, die Spree-Publik ist ein Zusammenschluss von Kulturschaffenden, aber auch einfach Bewohnern des Wassers, die sich dafür einsetzen, dass die Gewässer als öffentliche Fläche, als Freiraum anerkannt und auch weiterentwickelt werden. Wir sind im Prinzip, bündeln wir die Interessen und vernetzen zwischen den verschiedenen Akteuren auf dem Wasser, die nicht gewerblich unterwegs sind. Also privat, kulturell, ehrenamtlich. Wenn irgendjemand hier Business macht, das betrifft uns nicht. Und jetzt hier beim Leben auf dem Wasser, was heißt für euch selbstbestimmtes Leben und wie zeigt sich das für dich? Ja, also wir haben aktuell noch den großen Vorteil, dass es auf dem Wasser nicht alles so überreguliert ist wie auf dem Land. Wir haben hier noch relativ viele Freiräume und es wäre sehr schön, wenn das bleiben würde. Da kommt aber aus vielen Richtungen gerade Gegenwind. Und naja, selbstbestimmtes Leben bedeutet für uns letztlich, dass wir die Möglichkeit haben, uns selber zu organisieren, selber Probleme auf unsere eigene Art und Weise zu lösen und eben nicht gesagt zu kriegen, okay, mach das jetzt so und so, weil das geht, wie man weiß, oft schief. Und jetzt bin ich als Politiker hier. Was sind so eure Forderungen und Wünsche an die Politik, an die Grüne Partei, an die Berliner Regierung? Was wäre für euch da zentral? Naja, so ein zentraler Punkt ist, wir leben hier relativ prekär. Unsere Mietverträge sind jederzeit kündbar, also hier für unsere Liegeplätze. Wir brauchen dringend eine Perspektive, um unsere Kulturarbeit fortzusetzen, auch um diesen Pluralismus, der hier auf dem Wasser stattfindet, am Leben zu halten. Also ganz klar ein Kulturhafen. Wir haben da klar im Auge, das eine wäre hier am Ende der Bucht, dieses alte Jugendschiff, wo es gerade unsicher ist, wie es da weitergeht in Zukunft. Das andere wäre der Grenzsteg. Da findet auch gerade viel Entwicklung statt. Und das Schönste wäre natürlich die Spitze der Lohmühleninsel, die ja sowieso eigentlich Kultur, Kunst und Sozialem gewidmet ist, mit dem CEMEX-Gelände. Da spekulieren gerade Investoren, aber das wäre natürlich sinnvoller, wenn da tatsächlich mal Kultur und damit auch der politische Wille umgesetzt würde. Also ganz klar ein Hafen für Flüsse. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke, dass ihr so gastfreundlich wortet, mich selbst einladen zu lassen. Und noch einen schönen Tag. Bis dann. Hast du gefilmt, ja. Vielen Dank.